Spannende Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich glaube, das Fenster kann man runterziehen. Ich habe erst gedacht, das ist das schöne große, was hier am Bader anläuft. Aber das ist schon gut. Ich habe heute noch gesagt, was hier ist. Alles zusammen. Ich bin jetzt mit auf dem See, so dass es geht. Ich erinnere mich an die Ederseefahrt. Der ist auch nicht ganz so groß. Ich habe nichts dagegen, um mich zu kuscheln. Aber er hat immer einen Übertritt. Die haben andere auch. Man kann die Ederseefahrt machen. Man kann die Ederseefahrt machen. Ich habe noch ein paar Jahre alt. Das ist immer so groß. Ich habe die Ederseefahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt einen Schiff, einen Schiff und einen Schiff. Und Segelschiff, guck der da an, das kommt direkt auf uns zu. Komm hier, jetzt kommt das Lothar. Ah, hier. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wir haben dich verschieben mit dem Stein, ja. Die Kirche sind in der Kirche. Ich reise leider, mach Spricher, aber nicht bei mir. Ich reise leider, mach Spricher, aber nicht bei mir.